Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 Teil 2.8.1 EasyBell mit TLS und SRTP verschlüsseln. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Themenreihe FreePBX Asterisk. Heute und in diesem Video geht es um die verschlüsselte Übertragung zwischen FreePBX und dem EasyBell-Anschluss mittels TLS und SRTP. Wenn Sie auch wissen möchten, wie das Ganze funktioniert, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich geht's weiter. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, benötigen wir mindestens eine FreePBX konfiguriert nach Teil 1 und Teil 2.8. Wie alles bei EasyBell, so ist auch die Verschlüsselung relativ schnell eingerichtet und ich zeige Ihnen jetzt, wie man das macht. Da geht man hier als erstes in Einstellungen in SIP Settings und hier in SIP Settings auf den Reiter GenPG-SIP. So, hier prüft man als erstes mal die Einstellungen für TLS. Hier reicht also das Default-Protokoll. Wichtig ist hier TLS Version 1.2 bitte einstellen. So, etwas weiter unten findet man hier das Protokoll TLS. Das muss natürlich aktiviert sein. Und für das Protokoll TLS muss der Port 5061 eingestellt sein. So, jetzt noch ein paar Einstellungen im Trunk. Da ruft man also die Trunk-Konfiguration von EasyBell auf, geht hier auf den Reiter PG-SIP Einstellungen und stellt hier auch ebenfalls den Port 5061 ein. Und hier anstelle des Protokolls UTP stellt man TLS ein. Als SIP-Server stellt man dann hier noch ein, secure.sip.isibel.de. So, mit TLS, da wird ja nur das Signal übertragen. Man muss sich das also so vorstellen, in der VoIP-Kommunikation haben Sie immer zwei Dinge, die übertragen werden. Das heißt also einmal das Signal, zum Beispiel das Rufsignal an sich, das wird hier mittels TLS übermittelt. Und die eigentlichen Sprachdaten, die werden über RTP übermittelt. Und dieses RTP-Protokoll, das muss man natürlich auch verschlüsseln, denn ansonsten ist die Verschlüsselung gar nicht vollständig. Und das tut man hier unter Erweitert. Da fährt man ganz nach unten, findet hier Media Encryption. Und hier stellt man ein SRTP, also nicht mehr RTP, sondern SRTP, Secure RTP. So, damit hat man den Signalweg und die Kommunikationsdaten, beide verschlüsselt. Das Ganze noch absenden und einmal Konfiguration anwenden. Und dann sind wir mit dieser Konfiguration fertig. Und das werden wir gleich auch mal testen. Hier haben wir wieder meinen Furner Light und mein Handy. Und jetzt mache ich einfach einen Anruf vom Furner Light aufs Handy. TLS ist ja eingestellt im Trunk und wir schauen, ob es geht. Ja, und Sie sehen, Ruf kommt an. Eins, 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 eins. Ja, und Sie sehen, das funktioniert schon mal. Und jetzt machen wir das Ganze auch noch in umgekehrte Richtung, indem ich vom Handy aus in der FreePBX anrufe, auf dem Furner Light und schauen, ob das auch geht. Und der Ruf geht auch ein. Ich nehme an. Eins, 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 eins. Und in die Richtung funktioniert es auch. Das heißt also, TLS ist jetzt aktiviert und wir kommunizieren zwischen FreePBX und EasyBail Zip Trunk verschlüsselt. Ja, dies war nur ein kurzes Video, denn wie Sie schon gesehen haben im Teil 2.8, geht die Konfiguration am EasyBail Anschluss sehr, sehr einfach und deshalb ist das alles schnell eingerichtet. Da werden die Videos auch nicht sehr lang. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bitte geben Sie mir wie immer einen Daumen hoch. Unten rechts finden Sie wie immer den Link zum Abonnieren meines Kanals und unten links einen Link zur Playlist mit allen weiteren Videos zur FreePBX. Ich verabschiede mich für heute. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.